Zehntag von zwölf guten Gründen, warum du OneNote in deinem Business, in deinem Büro, in deinem Arbeitsalltag unbedingt einsetzen solltest und nicht darauf verzichten solltest. Mein Name ist Anushka Schwedt, ich bin Microsoft Office Trainerin und ich helfe dir dabei, die Microsoft Office Programme für dich so effizient wie möglich einzusetzen. Dabei spielt OneNote eine große Rolle, wenn es um das Thema Zusammenarbeit, Austausch mit anderen im Team geht. Wenn du Projektarbeit machst, wenn du mit einer virtuellen Assistentin zusammenarbeitest, mit Kunden, Kollegen und so weiter, mach es dir doch leicht. Tu es mit OneNote. Nutze OneNote als Plattform für die ganzen Dokumente, die du im Team, in der Zusammenarbeit benötigst. Eine zentrale Ablage, auf die alle Teammitglieder Zugriff nehmen können. Dabei gibt es in OneNote verschiedene Möglichkeiten, diesen Zugriff zu steuern. Das ist mit ein guter Grund, warum du nicht auf OneNote verzichten solltest, wenn du im Team zusammenarbeitest. Wenn es Aufgaben gibt, die du dir mit anderen teilst, dann brauchst du kein separates Tool einzusetzen und auch nicht zu kaufen. Und auch nicht neu zu kaufen, denn alles, was du brauchst, hast du mit deinem Office Programm und OneNote schon zur Verfügung. Ich freue mich über einen Kommentar zu meinem Tipp und wenn du OneNote wirklich mit all seiner Vielfalt und mit all seinen Möglichkeiten schnell und vor allen Dingen direkt und leicht für dich nutzen möchtest, Dann komm zu meinem OneNote Online-Intensivkurs. Ich zeige dir alles, was OneNote bietet, um deine Arbeit zu vereinfachen, deinen Arbeitsalltag zu entstressen und das auf leichte, verständliche Weise. Auch dazu findest du die Infos von mir im Kommentar unter dem Video. Ich freue mich, wenn ich dich für OneNote begeistern kann.